Depressionen sind weltweit die Hauptursache von Arbeitsunfähigkeit. Fast 10 Prozent der Erwachsenen in den USA leiden an einer Depression. Als psychische Erkrankung ist sie jedoch viel schwerer zu verstehen als etwa zu hohe Cholesterinwerte. Zwei Zustände werden jedoch immer wieder miteinander verwechselt. Depressionen und einfache Niedergeschlagenheit. Jeder war schon einmal niedergeschlagen. Eine schlechte Note, Arbeitsplatzverlust, ein Streit. Selbst ein Regentag kann unsere Stimmung trüben. Manchmal passiert das sogar ohne Grund. Plötzlich ist die Traurigkeit da. Sobald sich die Umstände ändern, verschwinden diese negativen Gefühle wieder. Nicht so bei einer klinischen Depression. Das ist eine Krankheit, die nicht wieder weggeht, nur weil man es so will. Sie hält mindestens zwei Wochen an und beeinträchtigt unsere Fähigkeit zu arbeiten, zu spielen und zu leben stark. Depressionen weisen unterschiedliche Symptome auf. Bedrückte Stimmung, Interessenverlust an Dingen, die zuvor Spaß machten, Appetitveränderungen, Gefühle der Wertlosigkeit oder übertriebener Schuld, zu viel bzw. zu wenig Schlaf, Konzentrationsstörungen, Ruhelosigkeit oder Trägheit, Energieverlust oder wiederkehrende Selbstmordgedanken. Wenn mindestens fünf dieser Symptome vorliegen, liegt laut psychiatrischen Richtlinien eine Depression vor. Sie äußert sich nicht nur in Verhaltensmustern. Eine Depression hat auch physische Auswirkungen auf das Gehirn. Manche Veränderungen wären schon mit bloßem Auge- und Röntgenblick erkennbar, zum Beispiel Volumenverkleinerungen des Frontallappens und des Hypocampus. Im mikroskopischen Bereich zeigt die Depression noch weitere Symptome. Eine Störung der Übertragung oder des Abbaus bestimmter Neurotransmitter, insbesondere Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, einen abgestumpften Biorhythmus, bestimmte Veränderungen unserer Traum- und Tiefschlafphasen sowie hormonelle Anomalien wie hohe Cortisolwerte und eine Deregulierung der Schilddrüsenhormone. Noch immer kennen Neurowissenschaftler nicht alle Ursachen von Depression. Sie entsteht im komplexen Zusammenspiel von Genen und Umwelteinflüssen. Aber es gibt kein Diagnosewerkzeug, das zuverlässig vorhersagen kann, wann sie auftritt. Da die Symptome einer Depression nicht greifbar sind, erkennt man kaum, wer darunter leidet, obwohl er oder sie äußerlich gesund wirkt. Laut dem National Institute of Mental Health der USA benötigen Menschen mit psychischen Leiden im Schnitt mehr als zehn Jahre, um sich schließlich Hilfe zu suchen. Dabei gibt es sehr wirksame Therapien. Mit Medikamenten und Behandlung kann man die Gehirnchemie anregen. In Extremfällen kann Elektrokrampftherapie helfen, die eine Art kontrollierten Anfall im Hirn des Patienten auslöst. Andere vielversprechende Therapien wie die transkranielle Magnetstimulation werden zurzeit noch erforscht. Falls du jemanden kennst, der an Depressionen leidet, ermutige diese Person behutsam, sich darüber zu informieren. Du könntest sogar bei einigen Dingen helfen, Therapeuten in der Umgebung suchen oder Fragen an den Arzt zusammenstellen. Depressiven Menschen kommen diese ersten Schritte oft unüberwindlich vor. Wenn derjenige Schuld oder Schamgefühle hat, sag, dass es sich um eine Krankheit handelt, so wie bei Asthma und Diabetes, und nicht um eine Schwäche oder schlechte Charaktereigenschaft. Die Person sollte nicht annehmen, einfach darüber hinwegzukommen. Das geht genauso wenig wie bei einem gebrochenen Arm. Wenn du selbst noch nie eine Depression hattest, vergleiche diese nicht mit Zeiten der Niedergeschlagenheit. Vergleiche mit vorübergehender Betrübtheit kann bei depressiven Schuldgefühle auslösen. Schon ein offenes Gespräch über Depressionen kann helfen. Das Ansprechen von Selbstmordgedanken kann Studien zufolge das Selbstmordrisiko reduzieren. Offene Gespräche entstigmatisieren psychische Erkrankungen und erleichtern es Betroffenen, um Hilfe zu bitten. Je mehr Betroffene sich behandeln lassen, umso mehr lernt die Wissenschaft über Depressionen und desto besser werden die Therapien. Gesunder Schlaf kann einen großen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Erinnerungen. Lerne in diesem Video mehr über die Vorteile einer guten Nachtruhe. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.